Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hab Hunger. Bianca hat Hunger und wir haben eine coole Idee. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Wir haben schon mal ein Video gedreht, wo wir blind bestellt haben, glaube ich. Das wollen wir nämlich jetzt noch mal machen. Und zwar dachten wir uns, wir haben dummerweise nichts zu essen da. Der Leo ist gerade oben wieder eingepennt. Ich war da, Papa hat geregelt und Leo ist wieder in seinen Mittagsschlaf verfallen. Der ist nämlich irgendwie ziemlich schnell aufgewacht. Und jetzt dachten wir uns, drehen wir dieses Video einfach noch mal. Ich fände es geil, wenn wir zwei hätten. Einen, wo wir so voll die Süßigkeiten mäßig oder so süße Sachen bestellen und eine so herzhafte. Wir müssen auf jeden Fall sagen, die Bibi ist ja vegetarisch unterwegs. Ich will blind drücken. Soll ich mal vegetarisch? Guck mal hier, ich kann einfach vegetarisch angehen. Ey, ich muss auch blind den Lied. Man kann bei Ben & Jerry's bestellen. Echt jetzt? Ja, Ben & Jerry's. Vegetarisch nach Speisen-Eiscreme. Hä, da müssen wir auf jeden Fall einmal bestellen. Warte, ich mache erst eine Bildschirmaufnahme jetzt. Ach stimmt, das ist ja auch heutzutage drin. Oh, das ist alles. Ich habe, glaube ich, noch nie Eis bestellt. Eis, nee. Boah, das ist ein kommendes Video. Ich kann einfach meine Augen zumachen. Ich bin eh noch so ein bisschen müde. Wer weiß, was es da noch gibt. Ich will es bestellen. Okay, also du bist jetzt, du kannst jetzt quasi anfangen zu... So, du musst aber, wenn du irgendwas haben willst, dann musst du mir Bescheid sagen, weil du... Ich will das. Das? Okay, weil du triffst ja bestimmt nicht. Das hier. Ach du Scheiße. Ja, okay, warte ich. Okay, jetzt kannst du hier noch so verschiedene Sachen auswählen. Ja, das da und das da will ich. Jetzt kannst du auch nochmal hier was auswählen, wenn du willst. Und das da. Und das. Okay, warte mal. Das will ich auch. Das. Ja, nicht du jetzt mit meinem Finger. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Jetzt wieder runter. Okay, ja, stopp, warte. Und das will ich. Ja, warte, du kannst nicht so schnell. Und die Leute, jetzt kannst du hier nochmal was auswählen. Das hätte ich gerne. Und danach das und das. Okay, also er wählt nicht wirklich gerade irgendwas aus, aber wir lassen die Auswahl jetzt einfach mal genau so. Ich scrolle jetzt nur... Ach du Scheiße, warum kostet das so viel? Wie viel denn? 29 Euro. Ach du liebes Bisschen. Okay, ich drücke jetzt in den Einkaufswagen. Dafür bestellst du das Hauptgericht, Deal? Okay. Ich weiß ja nicht. Dann bestell ich noch das hier. Das? Das schmeckt gut. Du darfst nicht gucken. Und das nehme ich noch mit. Ja, aber warte, du drückst es ja nicht in den Einkaufswagen. Das ist hier gerade ein bisschen kompliziert. Das da. Aber ich glaube, das reicht jetzt. Wo kann man bezahlen? Hier? Ähm. Da? Dann geben wir nochmal raus. Geben wir raus. Komm, mach, ich will das jetzt haben. Okay. Hei, hei, hei. Du hast für 100... Ich darf nicht sagen. 100? Nein. Nein. Sag was. Ich hab nicht für 100 Euro Eis bestellt. Aber das haben wir ja einfriert. 100 Euro? Du hast für 61 Euro Eis in den Einkaufswagen bestellt. Hä, aber wir waren doch eben noch bei 30. Dann hab ich nur noch auf einen Knopf gedrückt. Ja, das war halt... Ich wollte meine Kaufabwicklung abschließen. Zufälligerweise bist du zu den Kombideals runtergegangen und du hast eine Menge Eis auf einmal mit einem Klick gegangen. So, jetzt kauf einfach. Okay. Viele Grüße an diese Stelle an Jasmin. Also soll ich jetzt auch... Der größte Eiskonsument in unserem Freundeskreis. Oh, stimmt. Vielleicht kommt die ja später noch kurz vor der Eis. Ja, die kommt auf jeden Fall, wenn wir sagen, es gibt Eis. Soll ich auf Bestellen drücken, ja? Ja, Bestellen. Oh, geil. Jetzt Hauptgericht. Dieses Video ist so aufregend. Jetzt ist Bibi dran. Sie kümmert sich um die Hauptgerichte. Und ich werde darauf achten, dass ihr Essen vegetarisch ist. Genau. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, das heißt, ich darf mir jetzt den Lieferservice auswählen, ja? Ja, bitte. Nimmt das noch auf, die Bildschirmaufnahme? Nimmt auf, ja. Okay, ich hätte sehr gerne einmal das. Was? Du hast nirgends wo drauf gedrückt. Das. Das ist dann für mich. Es ist nicht vegetarisch. Okay, 29... Wie, 29 Euro? 29 Zutaten kannst du jetzt... Okay, du stellst jetzt mein Essen zusammen. Okay, muss ich jetzt scrollen oder einfach nur drücken? Du kannst scrollen und drücken, wie du Bock hast. Ich hätte gern das. Okay. Und das. Nee, nee. Und das. Wirklich, kann ich das? Nein. Doch. Nein. Du, dann ich möchte das. Och nee, wirklich nicht. Bitte. Das wären die letzten Zutaten, die ich mir ausgesucht hätte. Das ist jetzt egal. Du musst es jetzt essen. Kann ich, kann ich wenigstens... Darum geht doch das Video. Du dämliche. Oh Gott, ich habe bestimmt Chili und Knoblauch und keine Ahnung, was alles ausgewählt, ne? Hab ich? Hab ich echt? So, so, jetzt weiter. Okay, jetzt bin ich wieder in der Speisekartenübersicht. Ja. Ich hätte gerne das. Ist das vegetarisch? Ja, aber es ist eher so eine Vorspeise. Ja, aber das will ich trotzdem auf jeden Fall. Okay. Dann ist das unsere Vorspeise. Okay. So, hier kannst du jetzt noch eine Zutat zum... Du musst so ein bisschen... Hier unten musst du so hoch und runter drum, drum oder überstoppen. Okay, so, das. Ah, wir sind nicht allergisch. Okay, ich füge es mal hinzu. Okay. Weiter. Und jetzt noch eine Hauptspeise, ne? Wir sind übrigens erst bei 15... Was ist das jetzt? Da? Das ist deine Hauptspeise. Ja. Geht das klar? Okay, hier kannst du jetzt zusätzlich noch was auswählen. Das hätte ich gern. Nicht gut. Doch, mega gut. Freue ich mich. Oh Mann. Ist vegetarisch. Kann ich noch was auswählen? Natürlich, du kannst 29 Sachen auswählen. So. Okay, warte, das muss ich wegmachen, das ist nicht vegetarisch. Komm, dann such dir eine andere Stadtessen auf. Bei dir habe ich auch drei. So. Weiß ich gar nicht. So. Warte mal, wieso ist das denn jetzt so teuer geworden? Ach so. Du musst das noch in den Züge zufüllen in den Einkaufswagen, ne? Okay. Ah, hier, kannst du noch Getränke auswählen. Okay. Das? Ich weiß jetzt nicht, ob du das hinzugefügt hast, aber... Ja, hast du. Okay. Ja? Äh, ja. Okay. Da sind drei Getränke hinzugefügt worden. Ja, ist doch super. So. Habe ich jetzt irgendwas zehnmal im Warenkopf gelegt oder passt das alles so? Nee, ich würde bestellen. Echt jetzt? Ja. Ist okay, kannst gucken. Du kannst jetzt die Bestellung abschließen. Okay. Aufregend, Leute. Ist nicht so gut geworden. Das heißt, ich weiß nicht, was ich für Nacht dich bestellt habe und du weißt nicht, was du gleich essen musst. Ja. Du weißt ja gar nichts. Nee. Mega. Aber so ganz ohne gucken ging halt nicht. Einer musste immer gucken, weil sonst werden ganz böse Sachen passieren. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, bestellen wir das Ganze mal. Warte, ich gucke mal, wie lange die brauchen, weil die anderen brauchten ja 30 Minuten. Vielleicht brauchen die ja weniger als 30 Minuten, dann wäre die Vorspeise nach dem Hauptgericht da. Ist ja cool. Äh, ja. Die brauchen 59 Minuten. Cool. Ja gut, dann... Ja, das heißt, es kommt gleich Eis an und danach unser Hauptgericht. Ja. Okay, die erste Lieferung ist gerade eingetrudelt und zwar unsere Nachtischlieferung. Ich habe nichts gesehen, weil der Leo durchs Klingeln aufgewacht ist und den habe ich jetzt gerade von oben runtergebracht. Genau, ich habe jetzt die Sachen in die Küche manövriert und du kannst jetzt mal hier hinkommen und dann musst du hier in den Küchengang blind laufen. Mhm. Ja, lauf da mal bitte blind hin. Mhm. Weiter, geradeaus, 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 geradeaus. Und stopp. Zu mir drehen. Und jetzt kannst du die Augen öffnen. Nein! Ach, Quatsch! Ja, das ist lustig, Leo, ne? Oh nein, das ist ja voll viel! Da hat der Papi einfach mal ein Fünfer und ein Sechser-Pack an Eis gekauft. Oh, Chocolate Brownie! Ich glaube, es ist wirklich nur Schokoeis. Oh, wie geil! Also hier, Chocolate Brownie, sechsmal und fünfmal... Magnum Mandel. Das ist jetzt eine blöde Nummer, dass das Eis da ist und das hauptgerichtlich, ne? Ja, wir müssen das jetzt erstmal gucken, ob wir das irgendwie ins Tiefkühlfach bekommen. Ach, guck mal, was hier im Tiefkühlfach ist. Nein! Das habe ich mir privat im Supermarkt geholt. Exakt das Gleiche. Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie unser Eisfach aussieht. Nanananana! Oh Mann, ey. Das ist ein Traum. Das ist der Nachtisch gleich. Machst du das zu? Ah, doll drücken. Eins, zwei. Machst du die Tür für den Papa zu? Einmal doll drücken, nicht die Hände einquetschen. Perfekt. Hey, Sester! Hallo! Jetzt hast du es ja schon gesehen, ne? Ja, ein bisschen. Ich habe Pizza bestellt. Pizza und Getränk und Getränk. So, ich stelle es dir auch kurz auf. Okay. Schau mal nach, was du bestellt hast. Okay, ich mache halt erst die Tüte hier auf, ja? Oh! Da! Eine Sprite. Eine Sprite. Und noch eine große Sprite. Eine große Sprite. Und noch eine Fanta. Eine Fanta. Oh, geil! Tomate-Mozzarella-Salat. Der sieht richtig lecker aus. Der sieht richtig lecker aus. So, jetzt gucken wir die Pizzen. Okay, eine ist für dich, eine ist für mich. Ja. Die ist für dich. Kapern? Mhm. Ich hasse Kapern. Ah, äh, und Petersilie hast du ausgewählt. Petersilie? Mhm. Ah, das ist eine Margarita-Pizza mit Kapern und Petersilie. Mhm. Okay. Aber komm, kann man sich überlegen. Nein, klar kann man sich überlegen. Nein, Schatz, das ist nicht wahr. Und da... Ah, das ist deiner. Ich sehe mit extra Peperoni. Jalapenos. Ach, Jalapenos, Zwiebeln. Thunfisch. Äh, Schrimps. Was ist da noch drauf? Knoblauch. Das ist ja... Ich muss schon sagen... Die perfekte Mischung für dich. So, das Essen ist ready. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Mhm. Da ist Knoblauch drauf. Echt? Mhm. Ich finde, man riecht das so überhaupt nicht so doll. Das ist unglaublich scharf. Glaube ich dir. Okay, ich probiere auch mal meine Pizza. Vielleicht tue ich mich aber. Aber ich glaube, das ist da wieder sie lieb. Nein, hier ist echt Jalapenos. Haben wir das irgendwo bestellt, wo wir schon mal bestellt haben? Weil die Pizza an sich ist echt geil. So, wir sind fertig. Mein ganzer Mund brennt. Ich habe jetzt alles weggeräumt. Ich habe komplett aufgegessen. Bis auf die Jalapenos. Jalapenos hat richtig durchgezogen. Ich habe eiskalt durchgezogen. Und apropos eiskalt. Bianca, ich könnte dir als Nachtisch entweder Chocolate Brownie anbieten. Ja, ich hätte gerne nur eine Mischung aus beiden. Wir haben ja eh nur zwei Sorten. Eine Mischung aus beiden? Ja. Leo, warum willst du das jetzt zumachen? Warte mal kurz. Jetzt gibt es Eis. Ach, krass. Was denn? Das sieht aus wie das Eis. Oh, wie geil. Habe ich nicht gesagt. Das sieht aus wie das Eis. Wisst ihr, was ich meine? Wie dieses Hörnchen Eis. Da werde ich wahrscheinlich jetzt einen Scheißdreck rauskriegen mit dem Ding hier. Das ist wahrscheinlich nicht so eine Jute wie. Hä? Nein, als ob. Was denn? Das waren ja keine Schokoschichten. Nein, das ist nur eine Schokoschicht. Und weißt du, das ist halt genau wie das Eis. Guck mal, sowas wusste ich... Oh doch, das sind mehrere Schichten, oder? Okay, ich muss kurz aufhören, weil wir haben die halbe Packung schon weggesnackt. Ich bin aber echt ein schlechter Kugelmacher. Bitteschön. Dankeschön. Komm, mach einen Abschmack. Ich will erst mal das. Oh mein Gott, ist doch lecker. Lecker? Mhm. Okay, ich probiere. Geil. Mega. Okay, Leute, was soll ich jetzt hier noch machen? So, ich halte euch mal mit den Füßen fest. In Bibis Video haben wir Fragen beantwortet und sind darauf eingegangen, was es aktuell für Probleme gibt. Und warum sich Bibi eigentlich aktuell gerade gar nicht mehr bewegen darf oder bewegen soll. Ja, eigentlich nicht ganz so witzig. Wir sollten gerade echt sehr aufpassen. Aber schaltet mal ein, um mehr Informationen zu bekommen. Und dann würde ich sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bianca, willst du auch noch was sagen? Ja, schau mal in meinem Video vorbei, Leute. Der hat mir nicht zugehört. Ich habe gerade Werbung für dein Video gemacht. Ach so. Danke schön. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Jetzt esse ich das Eis mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Sz have. Tschüss. Tschüss.